Ah, wir kriegen eine neue Strecke. Wir kriegen das Pfahl. Ab in Oveli. Okay, wir können jede Punkte noch in der Höhle holen. Das war ja nicht wirklich sehr erfolgreich, was wir da fotografiert haben. So gar nicht. Ich weiß, hier tauchen Shigis auf. Oh, Trattini. Ich wollte Shigis hier reinschmeißen, aber das war für's Capador. Was ist mit dem Capador passiert? Vielleicht erst für Kleinschleife, weil ich strecke mir, dass es runterfällt. Was ist da dran? Jetzt bin ich hier, was soll ich jetzt? Ich mach jetzt den Kleinschleife, wo du passierst. Nein, jetzt nicht. Ist fattlich. Gleich. Na, wir runde gehen wir raus. Du wartest jetzt. Das war das Capador. Großes Capador. War das nicht hier drin? Max! Hast du jetzt nicht den Capador aufgenommen? Ach so. Ich suche nochmal abwerfen. Ja... Okay. 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 Noch eins. Habe ich nicht gekriegt, okay. Aber... oder war das die? Komm, einmal noch. Nee, noch eins? Das sollte ich nie vielleicht noch machen. Ah, es ist so viel, was auf einmal passiert. Okay, den krieg ich jetzt nicht. Das ist das nächste, was wir noch machen. Das Chigi an das Minky schmeißen. Ja, das war nicht so einfach. Da war ich ja lange gehoben als Kinder früher, weil es dann oft einfach hier runtergefahren ist. Weil dann geht's dann hier weiter für die nächste Challenge. Dass es weiter geht in den Regenbogen-Bereich. Und ich werd' nicht noch einmal ausgesehen wie ein Trattini oder so. Oder ein Goldini gibt's ja, glaub' ich, auch hier. Wie sieht's so aus? Ja, auch gucken durch. Kann ich alles immer stehen und liegen lassen, wenn ihr meint, ihr wollt' jetzt bitte raus. Ja, ich mach' das jetzt noch durch. Ja, 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 ja. Ich mach' das jetzt noch durch. Und dann gehen wir. Was? Das ist ein schönes Schien. Das steht so ein bisschen Bestellung, wie abgerührt da. Es gilt als gute Pumpe. Ich finde, es steht einfach nur los. Wie bin ich jetzt hier hingeraten? Was ist denn jetzt passiert? Oh, das ist eine gute Runde. Das ist eine gute Runde. Yes. Das hat die letzte Runde in der Höhle aufgeholt. Das war ja komplette Charaktere, was ich abgeliefert habe. Yes, das war ein schön von. Oh ja, die waren super Ellen-Dreibe oder so. Okay, er hat nur den Schalter erwähnt. Wer das hier regelt. Wenigstens einer hört auf mich. So, Motion. Manky auf Knopf fallen lassen. Und Manky generell mal fotografieren. Haben wir auch noch nicht ab. So. Und generell, Dratini hatten wir noch nicht. Komm, lass hier nicht alleine. Die sind halt ultra eigentlich auch. Wie habe ich jetzt eigentlich gemacht, dass das Kaperloor kommt? Oh, ja, weil ein Manky. Ich habe ja einen Manky-Fug auf hier. Und ich habe ja einen Manky-Fug auf. Also, das ist es. Dann kommt mal, was für dich alles angeht. Oh ja. 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 Das war's für heute. Mist, hab ich einen Tag gar nicht mitgekriegt. Oh nein, gleich vor der Brille, das ist ungünstig. Okay. Okay, ja, nicht getroffen. Jetzt bist du auch fehlgeschlagen. Okay, das andere war besser. Ja, 80 Punkte mehr, yay. Ach komm, Digi, kann ich dir erzählen, dass das nicht in der Mitte ist? Du lässt so viel durchgehen, aber das jetzt nicht. Ja, ich weiß, ich muss Minky drauffallen, das hat noch nicht geklappt. Neuer Versuch. So, wir konzentrieren uns jetzt gerade am Ende, also geradeaus lassen wir jetzt mal außen vor. Wir brauchen den Knopf, wir brauchen einen Minky auf dem Knopf. Den lassen wir jetzt auch mal in Ruhe, wir müssen uns konzentrieren. Und das ist zwar gegen Ende. Ah, Goldini! Goldini hatten wir noch nicht. Goldini kommt nicht, oder? Gibt's hier Goldini? Ich weiß es nicht mehr. Komm, 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 yes! Ich hab's Minky getroffen. Ich hab's Minky. Minky! Ich hab's Minky gedroht. Es ist auch ein Minky, ja. Es ist ein Minky. Minky, der Minky. Minky, Minky. Minky, Minky. Yes! Okay, ich hab ehrlich nicht damit gerechnet, dass es beim zweiten Versuch schon funktioniert, weil ich weiß, ich hab mich als Kind da echt doof angestellt. Das war so eine Sache, da haben wir ewig lang gehauen, bis wir dieses beschissene Minky, Minky. Ja, wie schlamm. Hey, vielleicht wird man ja wie immer doch besser im Spiel. Oh! Das war halt auch wirklich, da war ich Kind. So lange her. Ja, wenn wir die N64 damals hatten, das gesuchtet haben ohne Ende. So, jetzt muss ich mir die Signale finden. Ich weiß glaub ich auch noch, wo sie alle sind. Wait! Ah, das läuft doch richtig gut hier. Wow! Well done! Oh, da war noch ein gutes Foto. So. Ja, das ist jetzt wieder in der Mitte. Du wirbelst doch einfach, kann aber keiner erzählen. Das ist auch echt schweres Fotografieren stellen müssen. Great! Well done! Hm, you're dead hard. I mean, ich hätte gedacht, ich krieg übrigens für die Pose ein bisschen Geld, weil die Bau in der Mitte ist. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Willkommen zurück.